Hallo, ich bin Marc und heiße dich herzlich willkommen zum Videopodcast von Safe Spirit Entfalte dein wahres Potential, der Videopodcast für dein spirituelles Wachstum und Bewusstseinserweiterung. In der heutigen ersten Episode möchte ich dir die Arbeit von Safe Spirit mal etwas genauer vorstellen. Safe Spirit entfaltet dein wahres Potential, lebe dein Leben, wahre Kraft liegt nicht in dem Mut, vorwärts zu gehen, sondern in der absoluten Entschlossenheit nicht zurückzugehen. Entfalte dein wahres Potential mit natürlichen Heilmitteln. Bist du bereit, deine alten Konzepte zu verlassen und in einem neuen Abenteuer wiedergeboren zu werden, in dem nur das Vertrauen in sich selbst bleibt und das Leben dich leben lässt? Für diesen großen Schritt dienen uns die alten Heilmittel als Werkzeug. Bewusste Integration aus deinem inneren Zentrum heraus, um alles zu reflektieren, was du nicht bist. Wenn du auf dieses Boot steigen möchtest, erwarten wir dich in diesem großen Abenteuer und in dem Geheimnis des Lebens. Befreie dich von negativen Einflüssen und lebe in Freiheit. Es gibt viele Menschen, die daran interessiert sind, dich in niedrigen Energien zu halten. So haben sie dich fest unter Kontrolle für ihre eigenen Interessen. Machst du, was du wirklich willst oder suchst du eine Sicherheit außerhalb von dir? Im Laufe unserer Entwicklung waren wir und sind wir immer noch sehr vielen unterschiedlichen Einflüssen außerhalb von uns ausgesetzt. Diese Einflüsse prägen unseren Charakter, Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Durch die Erziehung unserer Familie, den Prägungen aus dem Bekanntenkreis, aus der Schule, der Ausbildung und dem Studium, haben wir die unterschiedlichsten Höhenflüge und Tiefschläge erlebt. Gerade wenn wir niedergeschlagen, deprimiert oder traurig über irgendein Ereignis waren, haben solche Momente tiefe Spuren in unserem Unterbewusstsein hinterlassen. Oft bauen wir in diesen scheinbar unsicheren Zeiten negative Verhaltensweisen und Gewohnheiten auf. Überwind diese Unsicherheiten und verbinde dich wieder mit dir selbst. Sobald diese Verbindung mit deinem wahren Selbst wiederhergestellt ist, kannst du endlich dein Leben unabhängig von äußeren Umständen so gestalten, wie du es dir vorstellst. Ohne wieder in den Looping von dramatischen und destruktiven Gedanken und Handlungsmuster zu verfallen. Weißt du schon, was du für ein Leben willst? Oder bist du immer noch von deinen Dramen abhängig? Das Ziel unserer Arbeit ist die Rückverbindung an unseren Ursprung und der Kontakt zum ureigenen Bewusstseinsgrund. Das ist die Basis, um die unbewussten Anteile in uns bewusst zu machen. So können sich alte Muster, Konzepte, Traumata im Körper aus der Psyche und aus dem Geist lösen und befreien. Körper, Geist und Seele Sind diese drei Teile schließlich ausgerichtet, treten wir wieder in Kontakt mit unserem wahren Sein. Um das zu erreichen, benutzen wir verschiedene Werkzeuge. Diese werden wir intuitiv individuell angewandt, sodass die Rückverbindung mit dem wahren Sein stattfinden kann. Wir arbeiten sehr individuell, in Gruppen und für Paare. Verschiedene schamanische Heilpflanzen, Techniken einer bewussten Atemarbeit und dynamische Meditation unterstützen unsere Arbeit. Während der Behandlung verwenden wir verschiedene Kristalle intuitiver Körperarbeit und verstärken die Heilung durch individuellen Kunstausdruck, zum Beispiel intuitiver Malerei und theatralischer Ausdruck. Mit Hilfe der Technologie des Bioengineerings und Psychoschamanismus kann der Körper, die Psyche und der Geist neu ausgerichtet werden. Ich hoffe, dir hat dieser kurze Einblick in unsere Arbeit gefallen. Wenn du mehr über Safe Spirit und unsere Arbeit wissen möchtest, findest du weitere Informationen auf www.safespirit.de oder du schaust dir einfach weitere Video-Episoden an. Wir würden uns sehr freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.